Alvi Also so ein bisschen Down ist er ja jetzt schon Bisschen angekratzt hier wenn nur 50 drauf sind Aber ist halt auch unter der Woche Junge lang ist zerr Alter der Körperskinn Was geht Alvi Weißt was lustig ist Alvi Ich nehm das auf 1.90 Ey Robi ich bin aber nicht eingespielt Egal Junge was geht Leute Okay da kenn ich alle Oh Scheiße ich bin so langsam Hä? Ich hab keine Ahnung was ich hier mach ne Das sind Tests Egal auf jeden Fall Oh Scheiße Ich hab jetzt ja Holz als Nee geh mal weg von mir Auf jeden Fall Leute Ich hab das Video hier einen Sinn Und ja Alvi ich nehm wirklich auf Und zwar Da wollte ich einfach mal sagen Was jetzt so in Zukunft kommt und so Und dass ich nicht mehr gequittet bin Weil okay ich glaub das schiebt Weil das steht wirklich unter jedem Kern was ich hole in Fortnite Oder so ein Stream Dings oder so Ich weiß nicht überall So mindestens 1-2 Leute Warum ich mehr gequittet bin oder so Oder hab Keine Ahnung wie man das sagt Mir auch eigentlich ziemlich egal Auf jeden Fall ich spiel auch Okay down Ja moin Auf jeden Fall ich spiel noch aber Keine Ahnung es gibt halt momentan kaum was zu machen Ich hab jetzt letztens mal so ne So eine Stunde oder so wie QSG gespielt Aber die haben halt auch ziemlich Probleme hier Auf diesem Uniform Server Mit Cheatern halt Deswegen macht es für mich persönlich jetzt auch nicht so Unbedingt Spaß hier zu spielen Ich warte eigentlich nur auf Ultra Dann würd ich auch wieder ein bisschen überzichten Aber bis dahin macht mir Fortnite Das macht halt momentan am meisten Spaß Ja Deswegen Deswegen Müsst ihr auch unbedingt alle Bei Alvi Fortnite gucken Okay Aus Prinzip Hallo Ich werde dich so clean Alvi Ja Ja Team ist verboten Ja Team ist verboten Oh Junge ich glaub Dragon Gaming hat mich jetzt Das war's mit Vau 1300 FPS Ich hab 900 Back here Oh ich glaub Dragon Gaming ist motiviert Oh ich hab ne Holzaxe bekommen Ja er ist echt motiviert Ja Ich loote so langsam Alvi Oh mein Gott ich knall die so krass ne Hä Ich bin tot Du hast ihn ja richtig gedrückt Alvi Wie komm denn die Knall diesmal ohne wird's jetzt geflogen Alvi was hast du mit ihm angestellt Ja wirklich ne Ich hab ne Runde gewonnen Alvi glaub ich Einfach wegen Eis und Schwerte Viel zu ok Ja Junge ich hatte Holzschwert und der Typ hatte Steinschwert aber ich hab ihn so gefickt ne Hat sogar dir wohl gekontert Uh Wer hat mich fehlt der Der So ein random Oh das ist der letzte oder Oh das ist der letzte Ja auf jeden Fall Ich will einfach mehr bringen Nicht nur Minecraft aber Oh Das heißt nicht dass gar kein Minecraft mehr kommen würde Also Bis dann Alvi ist beigetreten PogChampion 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 Ich bin so langsam im Looten ne Ey 3 Schuhe 3x Goldschuhe Du hast 3 Kisten 3x Goldschuhe Alvi Hi Er ist Full Iron Es ist immer noch die Teams verboten ne Viel Spaß gegen den Ich wollte zercheatet Ich wollte zercheatet Ich wollte zercheatet Ich hab zerheckt Ich auch Ja ok dann lass aufhören jetzt oder Also ich glaube das ist ein Zeichen So ein Scheiß Junge Ich habe einen